Jetzt machen wir eine ganz, ganz verrückte Sache. Ich habe mal ein Video gesehen von Tanzverbot. Da hat er sich einen Döner oder so beim Italiener bestellt. Jetzt müsst ihr einmal zustimmen oder sagen, es stimmt nicht. Findet ihr auch Läden oder Lieferanten oder wie auch immer gruselig, die mehrere Sachen anbieten? Als Beispiel, wenn dein Dönermann noch plötzlich Currywurst anbietet oder ein Inder plötzlich Pizza anbietet. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde so Läden super gruselig, die irgendwie alles gleichzeitig anbieten. Klar, die möchten natürlich einen großen Kundenstammraum sich aufbauen, sodass viel Varietät entsteht, dass jeder bestellen kann. Kann ich voll verstehen fürs Geschäft. Aber ich finde das gruselig. Ich will zum Dönermann gehen und da sollen wir Döner verkaufen. Lachen wir schon türkische Gerichte, aber ich möchte ja keine Currywurst essen, Digga. Ich habe schon mal Currywurst vom Dönermann gegessen. In einem Video sogar mit euch zusammen und es war grausam. Da man hat nicht mal Curry drauf gemacht. Die Soße hat geschmeckt wie vor fünf Tagen. Es war grausam ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Erfahrung gemacht habt und schon mal irgendwo bestellt habt, wo es falsch war. Ob ihr zum Beispiel beim Inder wart und beim Inder eine Pizza bestellt habt. Oder bei einem Türken, wie ich solch eine Currywurst bestellt. Das hat mich immer richtig gefickt. Aber ich dachte mir, es wäre doch mal interessant zu wissen, ob ein Italiener ein gutes Schnitzel macht. Wie auch immer. Ich habe heute einen Laden rausgesucht. Der bietet echt einiges an und ist ein Italiener. Also spezifiziert eigentlich auf italienisches Essen. Aber der bietet auch Schnitzel an. Schnitzel? Kurz beim Chat. Kann man mal hier ein Ja kriegen im Chat, dass die Schnitzel lecker ist? Isst du gerne Schnitzel? Ich beantworte es für euch. Ja, ich esse es gut. Hauptsache Schweineschnitzel. Hauptsache Schwein. Einige muss sagen, ich esse auch lieber ein leckeres, guten Schnitzel anstatt ein dickes Schweineschnitzel, muss ich echt sagen. Aber ich finde Schnitzel sehr, sehr geil. Vor allem mein bestes Schnitzel meines Lebens. Kann ich euch mal empfehlen, falls ihr mal Lust habt, nach Österreich zu treckern. Ich muss sagen, mein bestes Schnitzel ist in Österreich. Unfassbar geil. Ich werde mit euch jetzt wunderschön bei einem Laden bestellen, der einfach italienische Pizza anbietet. Burger und Schnitzel. Also der ist ein Trio. Ich sage es irgendwie... Ich habe extra eine falsche Adresse angegeben. Ich denke, ihr habt mich jetzt hier gebiegt. Aber wir haben wir den Laden hier trotzdem noch gefunden. Ich würde sagen, Leute, auf in den Laden. Der Laden heißt iCroc. iCarly! Oder Kröck? Ne, Krok. Oder Kok. iCock. iCock bietet Italien-Spitze an, hat 1, 2, 3, 3, 3, 3 Sterne von 5 und 1.400 Bewertungen. Was? Was? Dass ich jetzt 25 Euro bestellt werde? Bruder, was soll ich denn da bestellen? Naja, das ist hart, Digga. 25 Euro, was soll ich denn alles bestellen? Was sagen die Bewertungen? Der Soldat auf dem Krok war schlaff und braun. Generell war der Krok nicht lecker. Der Soldat hingegen war simpel und langweilig. Digga, was erwartet ihr denn? Der Soldat tanzt oder was? Die Boilolese hat nichts mit einer Boilolese zu tun. Eher was von Giros mit Tomatensauce, denn das war null lecker. Schade. Sehr geile Wertungen. Also, ich hab der Schlitzel angepriesen, ne? Also, geh mal. Digga, der Laden ist einfach so cool. Einfach Ei-Burger. Was ist denn Ei-Burger? Nein! 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 Nein, nein, nein! Macht er nicht! Macht er nicht! Guck mal, könnt ihr das sehen? Crunchy Hawaii-Burger mit Ananas und Currysoße. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Macht er nicht. Was soll ich denn eigentlich? Ih, Digga. Er macht Ananas mit Currysoße. No, no, for sure, Digga. Aber was sagt ihr, Leute? Wir müssen auf einen Bestellwert von 25 Euro kommen. Für die Wissenschaft oder nicht für die Wissenschaft? Was sagt ihr im Chat? Tun wir uns das wirklich an? Ein Crunchy Hawaii-Burger mit 125 Gramm Patty oder Granat 250 Gramm Patty. Digga, ich muss sagen, Crunchy Hawaii, Digga. Leute, wir müssen eigentlich auf unseren Bestellwert kommen, aber ich lass natürlich euch entscheiden. Weil die Wissenschaft muss natürlich testet werden. Man kann sogar mit Tomaten, Digga, ich muss sagen, der Laden hat aber eine Varietät. Guck mal, ich kann zum Beispiel noch, ich könnte zum Beispiel noch Sascha drauf machen oder Paprika-Mix. Welches Arschloch macht denn Paprika auf seinen Burger? Ich hab noch nie jemanden gesehen, der Paprika auf seinen Burger macht. Digga, du, warte mal kurz, was haben die hier alles angewohnt? Du kannst Rinderhack drauf machen, Rindersteak-Streifen, Sucuk-Nett, Tomatenscheiben. Ach Gott, 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 Gott. Nein, aber ehrlich, mal Paprika-Mix. Gott, ich mag Paprika, aber darauf. Ei gekocht. Warte, ein gekochtes Ei ist doch ein hartes Ei. Digga, will er mir die mit Schale drauf tun oder was? Auf jeden Fall Crunchy Burger machen wir mal rauf. Ah, wir wollten das Schnitzel. Genau. Also, Leute, es gibt hier vier Schnitzel zur Auswahl. Ich muss sagen, ich muss sagen, Zigeunne-Schnitzel finde ich sehr geil. Ah, diese Soße hier, okay, hört sich eigentlich auch gar nicht so schlecht an. Mal sagen, meine Schweinus. Eins, zwei, drei, drei, vier. Einmal hab ich für euch, Schnitzel wie eine Art ist Schweineschnitzel. Zigeunerschnitzel ist mit Zigeunersauce. Äh, Rahmschnitzel ist mit Rahmsauce, wie ihr schon sehen könnt, auch ganz geil eigentlich sogar. Und Jägerschnitzel ist von Jägern gemacht. Ich muss sagen, Wienerschnitzel spricht mich an, weil einfach Wien so, ne? Und Schwein ist immer, nein, aber ich muss sagen, am meisten spricht mich das Rahmschnitzel an, aber ich seh leider viele Einsen, ne? Deswegen, äh, wird's am Ende vielleicht doch noch Wienerschnitzel. Drei hat mich am meisten angesprochen. Wenn ich jetzt eins nehmen würde, komm ich auf, ne, komm ich nicht mal auf den Mindestbestellwert. Leute, ich kann euch eins nehmen, weil viele haben eins geschrieben. Dann fehlt mir immer noch 8,60 Euro. Fika! Äh, äh, kann ich nicht. Vier, 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 vier. Warum Jägerschnitzel in der Fertsäcke? Machen wir eh ne, ne, muh. Ist das schwierig. Obwohl, die vier wird schon gut gespammt, Alter, gerade. Oh, die drei oder vier. Drei oder vier möchte ich haben hier, Leute. Ja, ihr macht mich hier wirklich verrückt. Was heißt mit Jägerschnitzel? Ich muss sagen, Jägerschnitzel ist in der Regel immer sehr jagig. Also, ich muss sagen, Jägerschnitzel ist, kann ich mal kurz zeigen. Ich finde Jägerschnitzel echt, hm. Ist nett, aber ich würde nicht bevorzugen. Das sieht so gut aus. So sieht es ungefähr aus, weil Jägerschnitzel ist immer mit so richtig, äh, Pilzen so eine Pisse. Ja, Pilze sind nicht schlecht, ne, stimme ich zu. Aber Rahmschnitzel hat mich gejagt. Hab schon hat mich gejagt. Ich sehe vier an, aber ich lüge euch einfach an und sage drei. Ich hoffe, ich habe euch aber angelogen. Pilze sind eine leckere Sache, ne, ihr Fertsäcke. Aber, das ist ein Pilzfest hier. Und Rahmschnitzel, die sah ganz gut aus. Was kann man denn noch bei diesem Typen bestellen? Ich merke, da geht viel noch. Fingerfood, Chicken Strips, Sausen und drei. Oh, Ben & Jerry. Oh nein, macht er nicht. Was? Er hat Caramel Chucho? Das ist doch gar nicht in Deutschland draußen. Was ist das für ein illegaler Händler? Was? Das habe ich doch gar nicht in Deutschland gesehen. Bruder, der Typ ist einfach Lieferant. Der hat einfach fucking das nächste Ben & Jerry schon. Die Next Gen hat er schon. Berry Berry Muffin, Miss Chocolate Muffin. Sagt ihr, der Muffin sieht gut aus? Oder würdet ihr sagen, boah, ich muss sagen, der sieht echt gut aus. Warum sieht dieser Muffin so scheiße gut aus? Würden wir einen Muffin uns nehmen oder sind wir nicht so fett? Wir sind doch fett, oder? Ey, komm, wir sind schon mal 28 Euro. Die 2 Euro waren auch unterschieden. Wir können den Wetter abschließen. Der Muffin wird niemals so aussehen. Niemals. Wirklich nie, 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 nie. Darauf könnte ich alles setzen. Das wird niemals so aussehen. Aber gut, machen wir mal. Naja, stellen wir. Hallo? Hallo? Ah, sind Sie da? Ah, perfekt. Dann kannst du einmal klingeln, dann macht ihr auf. Scheiße, Leute. Ich habe kein Trinkgeld. Ich habe kein Trinkgeld. Ah, doch, hier 2 Euro. Okay, Leute. Das erste Mal geholt. Ich bin heiß. Oh mein Gott. Leute. Ey, Leute, was ging jetzt denn ab? Wisst ihr auch, ob ich gerade gefreut habe? Dieser Mann hat mir einfach 2 Geschenke gegeben. Ich glaube wegen der Verspätung. Er hat mir einfach Geschenke gegeben. White Chocolate. Digga, was ein korrekter Ehrenmann. Aber jetzt kommt das mysteriöse, Leute. Ich habe beim Italiener bestellt. Schnitzel. Und der Lieferant war Inder. Digga, die Verwirrung ist verwirrt. Hier haben wir Miss Chocolate. Das ist unser Muffin. Ich bin sehr heiß drauf. Ich bin einfach heiß. Es riecht aber gar nicht schlecht. Also, ich lüge euch nicht an. Oh, der Ananas Burger. Den habe ich ja voll vergessen. Ah, nein. Was ist das? Ach, nein. Ist nicht. Das ist. Ja, Digga, Leute. Der sieht gut aus. Ganz ehrlich. Das Brötchen, das Bun. Sieht echt gut aus. Muss man mal sagen. Für einen abartigen fucking Ananas Burger. Digga, da ist Ananas drin. Die Leute haben mich komplett verarscht. Ananas Burger vom Italiener. Absolut geil. Boah, Digga, nein. Das kann ja nicht wahr sein. Das schmeckt wie ein Chicken Burger. Aber mit Ananas. Also mit Süß. Boah, das ist gar nicht halal, Digga. Oh, Chicken, nein. Ey, die Bulette ist ganz lecker. Also so Chicken-mäßig. Also wirklich Chicken-Burger-mäßig. Es schmeckt ganz wie ein McDonald's. Aber dieser Ananas ist so... So abartig süß, Digga. Ey, Fleisch mit Süß ist echt so selten lecker, Digga. Das komische ist, Leute, die Soße schmeckt nicht schlecht. Oh, die ist sogar lecker. Ey, das ist ja verrückt. Boah, die Ananas fickt mich, Digga. Ey, ohne Ananas nicht schlecht. Ich schwöre, ohne Ananas wäre nicht schlecht gewesen. Aber die Ananas versaut mir das alles. Na, Digga, das sieht richtig aus wie... Obwohl... Ey, Leute, das sieht scheiße gut aus. Was? Ey, bin ich gerade bescheuert? Das sieht ja abnormal gut aus. Also ich finde sie gut aus. Das ist das Rahmschnitzel. Hier ist Wiener Schnitzel. Naja, das Wiener Schnitzel sieht aus wie das Rahmschnitzel. Obwohl es ja, glaube ich, dasselbe. Das geht um die Soße eigentlich nur. Alter, sag mal ehrlich. Findet ihr das schlecht aus? Tut mir leid, Leute. Wenn man kurz farmmeldet, ist man hier den Chat kurz weg. Dann nehmen wir das nicht übel. Okay, perfekt. Pommes-Test. Darunter lauern ja Pommes, ne? Ich mach mal das Rahm hier kurz zur Seite. Ey, das ist so selten gut. So selten gut, ne? Ja. Boah, die Pommes sind schäbig. Die Pommes sind weich. Labbrig. Und schmeckt echt matschig. Na. Wie schmeckt die Rahmsauce? Die schmeckt ja gut! Ey, die Rahmsauce ist richtig lecker. Ey, was ist das für ein Laden? Schmeckt der plötzlich oder was? Schnitzelrahmen. Moment. Oh, das brennt so sehr, ne? Ey, das brennt, Alter. Das ist wirklich frisch. Ich muss echt lassen. Super frisches Essen. Nicht kalt, wie einige gesagt haben. Boah, scheiße. Die Rahmsauce ist göttlich. Ich schwör euch, die ist so lecker. Das Schnitzel ist ein bisschen zäh. Aber die Soße ist geil. Ey, die Soße ist wirklich geil. Der Schnitzel ist gar nicht so schlecht. So mehr ich esse, umso leckerer wird's. Ey, was ist das denn für ein Italiener? Der ist ja herrlich. Und ganz einzige Kritik vielleicht. Ist das für euch ein Schnitzel? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist kein Schnitzel. Oder? Das ist schon sehr klein. Ist halt ein bisschen klein, ne? So ein Schnitzel ist irgendwie so ein bisschen größer. Und die Panade sieht auch ganz anders aus bei einem richtigen Schnitzel, sag ich mal. Man kann es natürlich mit einem Wiener Schnitzel vergleichen, also einem echten Wiener Schnitzel, wie ihn jetzt zum Beispiel hier in Österreich, aber auch in Deutschland so. Es sieht halt schon ein bisschen so edeka aus, als ob so ein bisschen so fertig gerichtet wäre. Ist okay. Mal gucken, das Wiener Schnitzel sieht sogar auch nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr fettig. Safe, Leute, meine Finger sind komplett fett. Wenn ich die Schnitzel höre, denke ich an sowas, weißt du? An genau sowas denke ich gerade. An so ein typisches braun, so, weißt du? Und irgendwie dann so eins, so ein bisschen luftig da noch und sowas, so eine Panade, ein bisschen anders so. Sowas denke ich, ne? Und genau sowas, wirklich genau das in meinem Kopf. Und wenn man jetzt so vergleicht, ja gut, das sieht aus wie ein Herz. Warum ist das, sieht das aus wie ein Herz? Ja gut, der ist so richtig schnitzelig, der sieht aus, mal ganz ehrlich, ne? Boah, der ist aber geil. Mal gucken, mal gucken, wie Wiener Schnitzel schmeckt beim Italiener. Woanders. Der schmeckt schon richtig anders. Viel härter. Viel schweinischer. Also wirklich, schmeckt das Schweineherz raus. Das schmeckt wirklich nicht so lecker. Das schmeckt echt so ein bisschen so, hm. Also Italiener, Schnitzel, kann man machen, aber nicht Wiener Schnitzel. Weil das versaut nie ein bisschen. Aber das Gute ist ja, Leute, ihr seid ja fett. Und jeder Fettsack weiß, ein Nachtisch geht immer. Deswegen haben wir zum Glück noch diesen Muffin hier. Mit Nuss-Nougat-Füllung. Sieht auf jeden Fall noch einen guten Muffin aus. Ne, mit Nuss-Nougat-Füllung ist schon sehr ansprechend. Oho. Oho. Oha. Oha. Mmh. Mmh. Oha. Mmh. Mutter. Maria. Lecker. Oh, der ist geil. Oh, der ist wirklich geil. Sieht null aus wie auf dem Foto. Das stimmt. Aber der ist geil. Aber schmeckt wirklich sehr fertig. Als ob sie ein Fertigmuffin gekauft hätten. Für zwei Euro mehr verkaufen und gut ist. Und ich bin jetzt mal ein Fertig. 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 Vielen Dank.